Wichtige Änderungen bei der Erwerbsminderungsrente im Jahr 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie wissen es ja auch, zum Jahreswechsel 2024 stehen wichtige Änderungen in Sachen Rente an, so auch im Bereich der Rente wegen Erwerbsminderung. Ich habe Ihnen mal für in diesem Video die vier wichtigsten Änderungen oder vielleicht auch Nichtänderungen in Sachen EM-Rente für das Jahr 2024 mal aufbereitet. Fangen wir einfach mal an, starten wir gleich los. Also der Zugang, die erste Änderung oder Nichtänderung ist der Zugang zur EM-Rente im Jahr 2024. Hat sich da irgendwas geändert? Nein, meine Damen und Herren. Die gesetzlichen Vorschriften des § 43 SGB VI, was den Zugang der Rente, die Anspruchsvoraussetzungen für eine Rente wegen Erwerbsminderung anbetrifft, haben sich im Grundsatz nicht geändert. Ich kann Anspruch auf eine EM-Rente haben, entweder volle EM-Rente oder teilweise EM-Rente, wenn ich wegen Krankheit oder Behinderung nicht mehr in der Lage bin, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bei teilweise Erwerbsminderung drei bis unter sechs Stunden zu arbeiten und bei voller Erwerbsminderung unter drei Stunden oder mehr als drei Stunden zu arbeiten. Wenn diese medizinischen Voraussetzungen vorliegen, dann habe ich zumindest schon die erste Hürde genommen. Die zweite Hürde, die ich immer noch nehmen muss, sind die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen. Bei einer Rente wegen Erwerbsminderung brauche ich noch fünf Jahre Wartezeit. Das sind fünf Jahre, 60 Kalendermonate Beitragszeiten. Die müssen nicht irgendwie hintereinander genommen sein, sondern die können auch irgendwo in verschiedenen Teilbereichen im Versicherungskonto stehen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber die zweite versicherungsrechtliche Voraussetzung, die hat es in sich. Die muss man immer erfüllen. Ich brauche in einem Zeitraum von fünf Jahren vor dem Eintritt des Leistungsfalls, also vor Eintritt der Erwerbsminderung, mindestens 36 Kalendermonate Pflichtbeitragszeiten. Also nicht irgendwie freiwillige Beitragszeiten, sondern Pflichtbeitragszeiten, entweder aus einer Beschäftigung oder aber Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld I oder Krankengeld. Das spielt keine Rolle. Das sind so die Voraussetzungen und die haben sich im Kern nicht geändert. Wir reden mal hier heute in diesem Video nicht von der vorzeitigen Wartezeiterfüllung. Das ist ein anderes Thema. Das kann ich dann gerne nochmal in einem neuen Video im Jahr 2024 für Sie nochmal aufbereiten. Aber der Zugang hat sich also nicht geändert. Das war so die erste Komponente in diesem Video. Zweitens, wir haben eine Änderung in der Zurechnungszeit, meine Damen und Herren. Da gehe ich einfach mal in die gesetzliche Norm rein, zeige ich Ihnen mal. Und zwar im § 253a steht geschrieben, Absatz 6, Absatz 3 steht geschrieben, beginnt eine Rente wegen Erwerbsminderung im Jahr 2024, endet meine Zurechnungszeit mit Vollendung des 66. Lebensjahres und ein Kalendermonat. Wenn die Rente im Jahr 2023 begonnen hat, waren es noch 66 Jahre. Das heißt für Sie, wer eine Rente, eine EM-Rente im Jahr 2024 erhält, bekommt dann eine Zurechnungszeit bis zum 66. Lebensjahr und ein Kalendermonat gutgeschrieben. Das wird also so getan, als ob Sie nach Beginn der Erwerbsminderung weiter im Durchschnitt gearbeitet haben und bekommen dafür zusätzlich Entgeltpunkte auf Ihr Rentenkonto gutgeschrieben. Das erhöht zum Teil die EM-Rente deutlich. Seit 2019 haben wir ja die Neuregelung der Erweiterung der Zurechnungszeit, was ja generell schon zu einer deutlichen Erhöhung der EM-Rente im Schnitt geführt hat. Das war die zweite Änderung. Die dritte Änderung ab 2024, also ab dem 1. Januar 2024, können Sie bei einer vollen oder teilweise Erwerbsminderungsrente sechs Monate arbeiten, ohne Ihren Anspruch auf die EM-Rente zu verlieren. Das heißt also sechs Monate, sogar mehr als sechs Stunden bei teilweise Erwerbsminderung oder bei voller Erwerbsminderung auch mehr als drei Stunden oder generell auch sechs Stunden arbeiten, zum Beispiel zur Wiedereingliederung, Erprobung, die deutsche Rentenversicherung darf für diesen Zeitraum oder da nicht annehmen, dass Sie hier arbeiten oder länger arbeiten als die entsprechenden Zeitvorgaben und dann Ihnen die Rente wegkürzen. Das ist nicht mehr vorgesehen und ist eine echte Erleichterung für die, die sich mal erproben wollen, mal ausprobieren wollen. Kann ich während der EM-Rente noch arbeiten gehen? Wie sieht es aus? Bin ich sogar leistungsfähig und kann dann sogar einen neuen Job aufnehmen und bin auf die EM-Rente gegebenenfalls nicht angewiesen. Das ist der neue Paragraf 43 Absatz 7 SGB VI, der ab dem ersten Januar 2024 Geltung erlangen wird. Ja, meine Damen und Herren, last but not least, die Hinzuverdienstgrenzen bei einer EM-Rente ändern sich. Das ist auch nichts Neues. Das heißt also, wir haben ja eine neue Bezugsgröße im Jahr 2024. Damit ändern sich auch die Hinzuverdienstgrenzen bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung sind es über 18.000 Euro, was ich jahresbrutto anrechnungsfrei an der Rente wegen voller Erwerbsminderung dazu verdienen kann. Und bei einer Rente wegen teilweise Erwerbsminderung ist die Mindesthinzuverdienstgrenze liegt bei über 37.000 Euro. Das heißt also, dieser Hinzuverdienst über 37.000 Euro ist auf jeden Fall anrechnungsfrei an eine Rente wegen teilweise Erwerbsminderungsrente. Sollte sich aufgrund der Berechnung der Rentenversicherung ergeben, dass Sie einen höheren Hinzuverdienstfreibetrag haben. Aufgrund der Berechnung dieser Entgeltpunkte der letzten 15 Jahre und dann vervielfältigt mit bestimmten Faktoren gilt natürlich immer der höhere Hinzuverdienstfreibetrag für Sie bei teilweise Rente wegen teilweise Erwerbsminderung. Meine Damen und Herren, das soll es mal so gewesen sein zu den Änderungen der Rente wegen Erwerbsminderung 2024. Bitte nicht aus dem Auge verlieren. Für die sogenannten EM-Bestandsrentnerinnen und Rentner sind ungefähr so 3 Millionen. Wird es wahrscheinlich oder wird es hoffentlich für alle zum 1.7.2024 eine Extra-Rentenerhöhung pauschal bis zu 7% möglich sein. Das heißt also, diejenigen, die eine EM-Rente vor dem 1.1.2019 bezogen haben, können unter bestimmten Voraussetzungen bis zu einer Höhe von 7,5% pauschal eine Rentenerhöhung bekommen, zusätzlich zu der möglichen Rentenerhöhung, die es ja auch noch zum 1.7.2024 sowieso noch geben kann oder geben sollte. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und ein rentenstarkes Jahr 2024. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Nöppel George Nöppel